13 Anzeichen, dass Dein spirituelles Erwachen begonnen hat Spirituelles Erwachen bezieht sich auf den Prozess der spirituellen Transformation und des geistigen Erwachens. Es geht darum, eine höhere Bewusstseinsebene zu erreichen und eine tiefere Verbindung zum eigenen höheren Selbst herzustellen. Wenn Du wissen willst, ob Dein spirituelles Erwachen begonnen hat. Bleib dran! Nummer 1 Der Wunsch, sich von einschränkenden und stressigen Jobs, einem konsumorientierten Lebensstil, toxischen Menschen und Situationen zu befreien. Du verspürst das unwiderstehliche Bedürfnis, Dich selbst und Deinen Lebenssinn zu finden. Nummer 2 Veränderung des Schlafverhaltens Ein deutliches Anzeichen für eine spirituelle Transformation ist eine Veränderung des Schlafverhaltens. Du kannst die Tage mit weniger Schlaf überstehen. Man fühlt sich weniger müde und schwer. Nummer 3 Lebendige Träume. Manchmal sind die Träume so realistisch, dass Du verwirrt aufwachst. Du kannst sogar luzide Träume haben, in denen Du die Kontrolle hast. Viele Träume können mystisch sein und Botschaften enthalten. Nummer 4 Änderungen in der Ernährung. Ungewöhnliches Verlangen und seltsame Essgewohnheiten. Manche bemerken, dass sie nicht mehr so hungrig sind wie früher. Wir beginnen intuitiv Lebensmittel zu meiden, die unseren geistigen Frieden stören und die spirituelle Transformation verlangsamen. Nummer 5 Du erkennst, wer wirklich hinter Deinem Körper steckt und wie innere Zustände und Überzeugungen auf äußere Situationen, Menschen und Dinge projiziert werden. Du erkennst nun, wie Dein Verstand ständig die Illusion der Realität erschafft, die Du als Deine Realität lebst. Jetzt aber spürst Du, dass Du die Präsenz hinter der Person bist. Nummer 6 Du lebst im Jetzt und Hier. Bereue die Vergangenheit nicht und fürchte Dich nicht vor der Zukunft. Du wartest nicht mehr, bis dies oder das vorüber ist, damit Du endlich leben oder etwas tun kannst, was Dir wichtig ist. Nummer 7 Bedürfnisse nehmen ab, Ängste verschwinden. Du fühlst Dich frei, weil Du siehst, dass Dein Glück nicht von etwas Äußerem oder von Geld, Arbeit, Arbeit, Familie, Freunden und Gesundheit abhängt. Du hast Glück, Frieden, Freiheit und Liebe in Dir selbst gefunden. Nummer 8 Du verurteilst weder Dich selbst noch andere. Du akzeptierst das Leben wie es ist, die Dinge wie sie kommen. Daher musst Du weder die Welt noch Dich selbst oder andere ändern. Alle Deine Handlungen sind von Liebe inspiriert, nicht von Angst und Bedürfnissen. Nummer 9 Du hast nicht mehr das Bedürfnis, alles zu kontrollieren. Du erlebst Dinge bewusst und beziehst keine Partei oder bezeichnest etwas als gut oder schlecht. Dies bedeutet nicht, dass Du Dich nicht darum kümmerst, sondern dass Du mit viel Liebe und Mitgefühl handelst, weil Du nicht in Emotionen und persönlicher Unsicherheit und Verurteilung verloren bist. Nummer 10 Deine Handlungen sind einfach und mühelos, weil Du nur das tust, wofür Du Inspiration hast. Du zwingst Dich zu nichts mehr, weil Du weißt, dass Deine Inspiration die Botschaft Deiner inneren Führung ist. So bleibst Du mit dem Leben und Dir selbst im Einklang. Nummer 11 Die Suche endet. Du hast das Gefühl, gefunden zu haben, was Du bewusst oder unbewusst Dein ganzes Leben lang gesucht oder vermisst hast. Es gibt Dir ein Gefühl von Frieden und Zufriedenheit. Du lebst im Jetzt und hier, weil Du nirgendwo mehr hinkommen musst. Nummer 12 Du entscheidest nicht mehr aus dem Verstand heraus, sondern hörst auf Dein Gefühl. Immer mehr wirst Du von Deiner Intuition geleitet und hörst auf Dein Herz. Du lebst nicht mehr nach dem Muster, das Dir durch soziale Normen auferlegt wird. Nummer 13 Du suchst nicht weiter nach einem komfortablen Leben. Das Leben bringt Dir, wie jedem anderen auch, leichtere und schwere Momente und Du akzeptierst sie und weißt, dass jede Situation, die Du durchmachst, ein Geschenk in sich trägt. Welche der 13 Anzeichen hast Du bei Dir bemerkt? Schreibe mir gerne in die Kommentare. Jeder Kommentar erhält wie immer ein Herz. Wenn Ihr mehr zum Thema spirituelles Erwachen wissen wollt, lauscht auch gerne meinem Podcast zu diesem Thema. Einfach zum Schluss rechts anklicken. Meine Lieben, ich möchte mich noch ganz herzlich bei jedem Einzelnen von Euch bedanken. Jeder Kommentar, jedes Abo und jeder Daumen nach oben hilft dabei, dass YouTube die Videos überhaupt sichtbar macht. Um kein Thema mehr zu verpassen, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Für Euch ist das Abo absolut kostenfrei, aber für den Aufbau des Kanals wäre es eine große Unterstützung. Meinen Herzensdank an Euch! Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und vergiss nie, Du bist geliebt! zweis Untertitelung des ZDF, 2020